Moin Leute, diese Folge nehme ich direkt nach der nächsten auf. Das heißt, immer noch kein Sombra. Ich nehme jetzt zwei Parts noch auf, also diesen unten noch ein. Da habe ich mir gedacht, dass ich drei Parts habe. So heute Morgen übermorgen. Wann wird das Sombra schon? Ich weiß nicht, dass ich da bin. Also den Samstag, Sonntag wird ich halt nicht. Was da, ja, sind wir angerufen oder was ist das geil? Äh, dann spielen wir... Diese Teamkonzerne ist eigentlich scheiße. Wir haben zwei die hinten, drei die hinten stehen und zwei die vorne sind. Wir brauchen noch einen. Ich sage mich als Rieper. Rieper, 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 Rieper. Seine Fähigkeiten. Seine normaler Schuss. Rieper, 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 Rieper. Seine Ulti dreht er sich und schießt ganz auf mit seiner Schrotflüsse durch die Gegend. Schattenschritt. Passt das. Ne, das war Phantom. Phantom macht er sich halt so halbwegs unsichtbar. Schattenschritt ist das. Dann kann er sich ein bisschen dauern, aber lange deswegen sollte man es nicht quasi in die Gegend an was reinmachen. Passive Fähigkeit Seelen-Ernter. Jedes Mal, wenn er einen Gegner töte, müssen seine Seele fallen. Welchen künftig zu sein Unterhaben sind. So, die sind hier längst. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. So, die sind hier längst. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. So, die sind hier längst. Ich bin in der Falle, wenn er auch mal hier sehen kann. Ist er doch schon von Wert. Ach, so, bleibe ich mir wieder rein. Ach, so, bleibe ich mir wieder rein. Also, bleibe ich mir wieder rein. Oh, hat er frisch gepackt? Bei mir läuft's gerade. Also geht mir besser aus im Weg. Wo macht er das? Ihr seht, das ist ja noch so ein Weg. Und das ist ganz schroten, ist auch nicht so dumm. Das muss man sagen, vielleicht würde es die Dumme nehmen und die Frut ist auch nicht an. Nein, die Schiffe breiten sich ja auch nicht. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie gehen und machen die nicht die Dumme nehmen. So. Oh, die Rüste. Okay, das ist genau hier. Ich kann das nicht platten. Das kann ich nicht. Ich weiß, dass du mir drauf bist. Und das kommt noch nicht. Nein, er hat nichts, er hat nichts, er hat nichts, er hat nichts, ja, kacke, ich wollte eigentlich warten, bis zwei kommen und man will sie rein drücken, aber da hat man jetzt viel Doppelkarten gehabt, also. Oh, die ist gerade die Spawn, also komm, wenn man die Kuchen sammelt, Dragon Ball, ja, natürlich wüsste ich, ich mach weiter, vielleicht so, wenn der Cine wird, also vom Feindgeschäft vermarkt, hab ich schon vorproduziert, weil wir nicht sicher, dass ich hochladen soll, aber im Zwischenland würde ich auch machen. Ja, da habe ich nicht genug Damage gedrückt, also da war noch zu viele da. Und sie war auch wasted, möchte ich mal anmerken, aber ihr seht, ich bin nicht schlecht. Ich bin verliebt von der Welt. Vor allem, die erste Szene soll mal Play of the Game werden, sonst mach. das ist das Ende. scheiße hat er mich noch getroffen ich habe mir zu sicher dass ich wir haben jetzt auf konnte ausgestellt gerade sie eine neue position ich nehme den punkt ein nein hat er mich weg gemacht obwohl er halt tot war scheiße ich nehme mir auch gerade zu gehen weil ich probiere zu spielen wie gut gebacken zu sein was mir auch gut geht er ist ja zum flankieren auch da gerade durch seine zwei fähigkeiten was Dombra auch übezüge äh machen kann das ist ja und ich drücke den Headshot rein ich weiß gar nicht noch ob bei Reaper Headshot steht das stand auch noch ein anderer das war ja scheiße ich muss jetzt mal Leute töten sonst legiert sich mein Ultimeter nicht auf ich werde meine Ultimeter brauchen Fokus heilt das war hier neffige Staffel neffige Biene schießt man nicht droht neffige Staffel neffige Staffel komm komm Ich hab so ne größte Stücke ausgemischt, aber das ist natürlich immer um einen Rund probiert, hab ich ausgemischt. So, jetzt hab ich mal ein paar Pinsen gegangen. So kann man diesen besten, ein paar 20 Fluss sind. Die Sonne war nicht ganz meine Beste. Aber man sieht ja, für die Tode zu nominieren, immer noch so wie geht. So 2 zu 1 nur, aber irgendwie. Leider bin ich nicht der Stücke, obwohl die meine Szene ganz geil fand. Mh. Ich hab den episch. Aha, was nicht passt, wenn du was gemacht hast. Plötzlich hatte der, ich hatte Tränen. Boah, ich war nicht so scheiße. Ich glaub ein PC ist 20. Ich hab die Hälfte geschafft. So, nächstes Spiel würd ich sagen und dann ist auch wieder Ende für diesen Part. Wollen wir die Lootbox? Boah, geht nicht in der Falle. In King's Row, auch ne tolle Merk. Ich glaube, ich weiß schon wen ich spiele. Auf jeden Fall spiele ich Tracer. Tracer kann nämlich übelst nervig werden. Übelst. Ich hab' so viele ins Schwert. Ich hab' so viele also, wo waren wir noch vor? Ultimator auf warte ne, das ging ja nicht so weil ich glaube, es ist gar nicht so gut, sondern Zeitvorsprung weil sie hat ja so einen Unfall mit der Zeitmaschine, glaub ich, glaub ich, oder? Keine Ahnung ich bin nicht der Beste, nur... lass mich was du hier machen in 30 Sekunden erwartet mach mir den hier äh, äh, sind zu plett einfach ich bin es leicht zu warten ich bin es leicht zu warten was wir hier machen? Kreisa was hier ja 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 5 4 3 2 1 2 näher sich was ist das hier? was ist das hier? 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 und 9 12 10 11 Ah, scheiße! Ich hab die an mich herangeplantet! Äh, an ihn herangeplantet und so bin ich weggekommen. So rum. Das ist kein Problem bei der Bombe. Wenn man nicht wegkommt, dann hat man nicht... Also, wo waren wir noch gleich? Nee. Nein, da war die andere Tracer! Scheiße, aber auch. Wir wechseln den Charakter jetzt aber auch. Wir brauchen einen Tank. Er hat coole Fliege. Er hat seinen Blaster, der einmal. Cool. Der hier, jedoch shortig, ist der auch long ist. Und ihr seht... Und hier auch. Der nur, ähm, ganz schön. Ach so, ist eine, weil er sich da ist. Dann hat er seinen coolen Hooks, mit dem man Leute an sich ranhouten kann und... Trinken! Wo muss er sich rein? Weil ich wollte nicht weiß, wie wir sind. Ja, aber nimm ich. Ich wollte ihn voll in den Bastion reinziehen. Das gibt's doch fast. Das wurde aber auch leider gemacht. Das ist okay. Ja, scheiße, der hat überlebt. Okay. Ich glaub, in dem Bastion-Stift. In dem Wind wär's immer ganz viel Fall. Wind-Fähigkeiten. Wie Vorstellungskraft ist der Kern-Gierland. Wie Vorstellungskraft ist der Kern-Gierland. Das trifft alles auf meinem Sprung. Und Baboom. Schussblase. Das ist alles. Ich gucke, dass können wir den Kessler einstellen. Schussblasen. Das ist gut. Leider. Leider ich auch. Okay. Brauchst du irgendwas mit Husten? Husten! Dankwert! Hier hat er explodiert, wenn er stirbt. Hat seinen Minenwerfer. Hat wohl die Fridia schweiget. Da hätten wir die Minenwerfer. Und hat seine Fridia. Oh Gott nein! Ich hab sie nicht gesehen! Oh Gott nein! Ich hab sie nicht gesehen! Die Stunde hat geschlagen. Ja, da hab ich noch getroffen. Alter, voll geklaziert hier oben. So, dann hätten wir jemanden mit meiner Bärenfalle. So. Fangen da! Das sind lustiger Zufall. Roadhog und Junkert sind in der Lore. Ich glaube, dass ein lustiger Zufall hätte ich nicht gesehen. Vielleicht Dr. Junkert sein, und er ist Junkerts Monster. So, da liegt meine Falle. Ich kann mich jetzt hier. Fangern einmal. Ich bin zugedrückt. So, jetzt läuft es gerade wieder. Nein, ich wollte gerade noch eine Bombe planten. Das Einzige, was dumm ist, wenn Leute zu doof sind, um wegzugehen. Das ist dann... Ich habe noch getötet. Ich bin in der Falle, ich mache sie kaputt. Verloren, schade! Immer ein Sieg, eine Niederlage, was soll denn das? So, gucken wir uns noch kurz das Ende an. Ich hab den letzten Part gemacht, das ist besser. Wir müssen auch noch ein Liedverschämter machen. Obwohl, komm, wir machen alle 10 Part Liedverschämter. Das ist ganz wichtig. Alle 10 Part. Das ist das zweite Part. Äh, zugekommen, wir sollen ja nicht sagen, das ist nicht schlecht. Und einer von uns genießt, Alter, was man nix hat. Oh, ich geb die noch auf seinen letzten Barry. Warten die Leute, die keine Legendary geben wollen. Das ist nämlich immer scheiße von denen, finde ich. So. 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 So.